Also dann, ich werde euch eine uralte Kunst lehren. Also, ich meine, ich werde euch beibringen, wie man fliegt oder schwebt. Alles, was wichtig ist, ist dabei sein eigenes Fluid, um unter Kontrolle zu haben. Mehr gehört nicht dazu. Es ist alles eine Frage der Disziplin. Also, es ist so, wenn ihr schnell fliegen wollt, gebt ihr alles. Und wenn ihr bremsen müsst, nehmt ihr einfach ein bisschen Gas weg. Ganz einfach. Jetzt nochmal langsam. Ich verstehe nur Bahnhof. Was meinst du zum Beispiel mit alles geben? Tja, also, weißt du, ich... Nun ja, ich nehme an, als Mädchen versteht man das vielleicht nicht ganz... Ich hab's. Stell dir einfach vor, in deinem Körper ist eine Energie, die stark genug ist, dich zu bewegen. Wie bitte? Ich bin zwar ein Mädchen, aber deshalb bin ich nicht blöd. Drück dich klarer aus. Lass mich mal überlegen. Ich werde schon irgendeinen Weg finden, es dir zu erklären. Soll ich es dir zeigen? Ja, genau. Davon hab ich geredet. Verstehst du jetzt? Wahnsinn. Wir nennen es Fluidum. Aber vielleicht kennst du es unter einem anderen Namen. Das ist doch alles bloß ein Trick. Was? Nein, Blödsinn, das ist kein Trick. Wir schummeln nicht. Es ist viel einfacher, als es aussieht. Ich schwöre es dir. Tut mir leid, wenn ich etwas verwirrt bin, aber ich hab noch nie einen kleinen Bengel gesehen, der einen Felsen zerlegen kann. Ach so, ja, verstehe. Mit dir muss ich wohl ganz von vorne anfangen, sonst macht das hier alles keinen Sinn. Also, wenn man dieses Fluidum nicht im Körper hat, kann man nicht fliegen. Da macht dir mal keine Sorgen. Jeder hat das in seinem Körper. Das ist nichts Besonderes. Man muss allerdings ein außergewöhnlicher Mensch sein, um es einsetzen zu können. Ach, wirklich? Ja, aber du lernst das. Schon gut, würdest du uns bitte ein paar Minütchen alleine lassen? Ich will Videl schnell beibringen, wie man sein Fluidum benutzt. Wir beide können dann später weitermachen. Das ist doch Zeitverschwendung. Sie weiß ja nicht mal, dass es überhaupt ein Fluidum gibt. Aber ich bin lernfähig. Sei so lieb und verzisch dich, Son Goten. Bis gleich. Wie du willst. Bin schon weg. Aber nicht, dass du mich vergisst. Keine Sorge. Fangen wir an. Jetzt musst du dich erstmal sehr konzentrieren. Entdecke das Fluidum in dir und bringe es dazu, aus dir heraus zu wollen. Siehst du? So, jetzt bist du dran. Denk dran, Videl. Du musst dich konzentrieren. Nein, keine Kraft. Du musst dich nicht einsetzen. Du musst dich mehr konzentrieren und trotzdem versuchen, lockerer zu sein. Dann geht es ganz von allein. Nein, 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 nein. All this come just like me, no. What a whip, I might need more. Baking soda, I got baking soda. Baking soda, I got baking soda.